Heute ist ein Traum von uns. Sehr gut. Also Klappe die zweite. Also heute zweiter Tag in Nürnberg. Jetzt final, euer Feedback, wie war es denn? Also bisher, heute war echt top. Noch einiges gelernt. Ich habe gestern nochmal aufgefrischt und Ansprachen top mittlerweile. Und ja, bisher ist ja zu viel. Was hat dir heute am besten gefallen? Oder wie fandest du die hypnotischen Sprachmuster? Bombe. Also die waren echt top, ja. Richtig top. Danke. Meister. Ja, ich. Einbahnbehandlung. Super. Neue Tipps. Ja, wie gesagt, sprachlos. Es sitzt. Ansprachen sitzen. Keine Angst mehr davon. Läuft rund. Einbahnbehandlung am Telefon und grundsätzlich im Gespräch noch mit drin. Einbahnfrei. Ich muss sagen, großes Lob an dich, Servi. Wow, klasse gemacht. Dankeschön. Und das von einem roten. Der rote Lob. Wahnsinn. Nee, wirklich klasse. Großes Lob. Perfekt. Super. Ich danke dir. Christian. Dem kann ich definitiv nur zustimmen. Also auch von mir. Also wirklich überdurchschnittlich hohes Lob. Und in Frangen hast du ja nicht geschimpft, ist gelobt noch. Aber auch hier also definitiv diese Gesprächsabläufe, die also wirklich für den Alltag unwahrscheinlich wichtig sind, um uns einfach in der Kommunikation mit Menschen das Leben leichter, einfacher zu machen. Auch für den anderen, weil man ihn genau so behandeln kann, wie er das im Endeffekt möchte und wir das als Vertriebler auch sofort erkennen. Also insofern auch von mir. Ich bin hochzufrieden. Diese zwei Tage sind einfach nur cool und ich kann nur jedem empfehlen, nutze das. Ja, mach das. Auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Okay. Also schöne Grüße aus Nürnberg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.